hallo und einen wunderschönen guten morgen wir sind am kochen und wir haben schon ein paar sachen vorbereitet das zeige ich jetzt wir haben hier zum einen diese wunderschönen grünen spargang aus der region bern dann wird gleich die wissenskampi zubereitet da haben wir einen bambus der in dashi, nein nicht dashi, in bonita flocken und mirin köchelt und da haben wir versteckt den japanischen kürbis, grundsätzlich wird uns jetzt dann in der alufolie ein champignon zubereitet und wir werden jetzt da ein bisschen backen so 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 Das war's. Ich kann die Karton mit dem Karten nehmen. Oh, okay. Jetzt kann ich auch die Karton mit dem Karten nehmen. Ich muss die Karton mit dem Karten nehmen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.